Hallo! Hi! Wir haben leider einen Anstoß vergessen. Guten Tag! Aber es ging gerade was los. Wir sind ja keine Nutten. Die vergessen den Anstoß nie. So. Haralle. Wir haben ein paar Auswechslungen getätigt, aber nur die üblichen. Eigentlich war das jetzt unwichtig, das zu sagen. Mein Controller ist ausgegangen. Das macht nichts. Oh mein Gott, immer. Mach's! Mach's! Du durckst zu lange. Ich durck aber auch nicht zu lange. Ich sehe es. Der Falk ist immer auf rot. Ich habe also noch nie ein Tor geschossen. Okay. Touché. Ich gestehe es ja ein. Ich spiele in Wirklichkeit auch gar nicht, sondern das ist ein Bot. Ich sitze nur hier und labere blöd daher. Mal rein. Heilige Scheiße. Los sind Tags weit vor. Weiter noch vor. Oh. Uns lange Eck gezogen. Aber... Schockfilter. Nee, ich meine jetzt nicht so von der Festheit, sondern so vom Drehmoment. Da kann man ruhig auch mal ein bisschen ziehen. Schön! Kennst du die Werbung für die elektronische Zigarette? Nein, ich will sie nicht rein. Total lustig. Elektronische Zigaretten sind voll von A. Wenn eine echte Zigarette enthält 50 Schadstoffe und eine elektronische enthält 0. Nein. Nicht 40. Nein. Nicht 30. Nein, auch nicht 10. Sondern 0. Ja. 0 Schadstoffe. Das sagt ihr wirklich so. O-Turm. Guckt euch das an. Kommt jeden Morgen. Da habt ihr doch Zeit. Ich kenne euch doch. Seid doch alle da vor der Schule und schaut fern. Wird Dave nicht eingewechselt? Ich weiß nicht. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Doch, doch. Der ist eingewechselt. Der spielt vorne in der modernen Nähe aus. Nein, vorne rechts. Rechts. Boah. Ein kraftvoller Stoß von Christo von hinten nach vorne. Auf Dave. Oho. Da war er wohl. Der... Ja, Varian, Varian, Varian. Da ist Varian, bitte. Nicht Varian. Nein, nein, nein. Das war so schlecht. Der war im Aus. Pflückiger. 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 Aber auch nicht im Aus. Der war einfach nur schlecht. Du brauchst hier nicht raus gehen. So. Du darfst den Ball nennen. Jetzt mach was. Fuck. Ja, da... Es war gut durchgespielt, muss ich sagen. Ja, gelaufen war das. Musste auch zugeben. Ein bisschen egozentrisch, aber... Egoistisch. Egoistisch, aber... war technisch ganz gut. Der Abschluss war jedoch unter aller Kanone. Ja, das ist wahr. Ab ins Weißboy zu den anderen Flaschen. Ich hab ihn erwischt. Rot. Sehr gut. Tja, raus. Äh, Moment. Wer hat jetzt der Rot gekriegt? Wer hat jetzt der Rot gekriegt? Dominik. Dominik? Dominik? Ich will's nicht wissen. Ich schon. Nein! Die Raufstellung, Mann! Da! Dominik! Raus! Sehr gut. Weit vor! Sag das ruhig! Guck mal! Ach, pick dich! Rot! Doch, der hat schon eine Karte gezückt gehabt. Fisch. Er hat eine Karte gezückt gehabt. Ja, vielleicht gelb, aber nicht rot. Ja, vielleicht. Er hat gar nichts gezückt. Ja, doch, doch hat er. Er hat gelb gegeben. Für den guten Mick. Oh Gott, warst du das schon? Das war das Spiel? Nein, das war die erste Halbzeit. Das war wirklich nur die erste Halbzeit? Ja. Das war schon die erste Halbzeit? Check. Fail first Halbzeit. Check. Check. Wir sollten vielleicht mal wieder den Halbzeit-Scot auspacken. Hier passt zu Timbo. Fast. Ich habe zu jemand anders gepasst. Habe ich. Das finde ich. Vor allem habe ich den. Nein! So langsam. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Harry, der hat den Scheiße angenommen. Ja, er hat den Scheiße angenommen. Er hat halt nur mal lange Beine. Der hat halt einfach lange Beine. Doch. Hauptsache seien. Alter! Du hast genau dorthin gestanden. Wer hat denn erst den Tower draus geholt? Und da, wir haben hinten da den Tower draus. Wer geht denn da nicht an die Stelle hin? Von Sinn und Gefahren-Situation. Das ist ja unglaublich. Oh meinst! Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ach was! Er schießt kurz. Das ist lächerlich. Er schießt gar nicht. Können wir machen können. Das wäre ziemlich schlecht für uns. Da musste er aber auswechseln. Computer. Ja, das war schön. Was? Das ist verarschen. Aufseits. Was? 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 Oh Gott. Wie sieht denn das aus? Wie der auf den Rückenschapflonnis lang. bei der Ausgleichung ist 1 zu 1 jetzt wird es langsam die Endphase des Spiels entwickelt sich stetig weiterführend parallel zum Lauf der Zeit sozusagen also mit fortgeschrittener Zeit entwickelt sich auch das Spiel weiter und zwar in 2 Stunden Nein! Passt doch! Ich hab gedrückt, tut mir sehr nehm Los! I help? Ok Kurz! Nein! Um! 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 Um!